Paris, deutsche Presseagentur, Minuspreis gekrönte Regisseure und internationale Stars, die Liste der 18 Favoriten die dieses Jahr in Kennes in den Hauptwettbewerb geschickt werden ließt sich wie ein Bestaufpunkt unter den Stahlregisseuren die um die goldene Palme buhlen befinden sich David Kronenberg, Kirill Serebrennikow, die Brüder Dardenne und Christian Mungu. Wie der Generaldelegierte des Festivals Serefremorx ankündigte sei die Liste jedoch noch nicht vollständig. Das Festival das dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert findet vom 17. bis 28. Mal statt. Kein deutscher Regisseur hat es in den Hauptwettbewerb geschafft.Kronenberg wird den Science-Fiction-Film Crimes of the Future zeigen. Die Geschichte handelt von der menschlichen Spezies die das Objekt neuer Transformationen und Mutationen ist. Für den Film hat der Kanadier Kosmopolis, Mapstor de Stas, Stas wie Viggo Mortensen, Christen Stewart und Lise Dux vor die Kamera geholt.Punkt der lange von der russischen Justiz verfolgte Stahlregisseur Kirill Serebrennikow stellt Tchaikovskys Weif vor einen Film über seinen Landsmann den Komponisten Peter Tchaikovsky. Jan Pira und Luke Dardenne sind mit Tori und Lokita dabei. Die belgischen Filmbrüder erzählen darin die Geschichte eines Jungen und einer Tänagerin aus Afrika, die den schwierigen Bedingungen ihres Exils gegenüberstehen.Punkt lauter Palmengewinner der schwedische Regisseur Ruben Östlundster 2017 für seine Gesellschaft satiret es quer die goldene Palme gewann kehrt mit Strangle of Sinners zurück. Laut Framorgs eine politische Komödie.Punkt auch Stahlregisseur Park Chan-Wook Oldboy Stoker, ist wieder im Hauptwettbewerb vertreten. Diesmal stellt der Koreaner den Triller des Hintoli vor. Christian Munger der 2007 in Kennes für vier Monate drei Wochen und zwei Tage die goldene Palme gewann zeigt der MN. Der Film des rumänischen Regisseurs und Drehbuchautors handelt von der Geschichte seiner Landespunkt-Fortsetzung von Top Gun. Fie Glamour versprechen auch die Filme die außer Konkurrenz gezeigt werden wie Top Gun, Maverick, die Fortsetzung des Kultfilms in dem Tom Cruise wieder die Hauptrolle verkörpert. Der Film des amerikanischen Regisseurs Josef Kosinski führt über 30 Jahre später in Teil 2 die Action-Geschichte des Flieger-Esses Maverick fort. Für die Filmbiografie Elvis über den 1977 verstorbenen Rockstar hat Bats Luhrmann Tom Hanks und Aston Butler vor die Kamera geholt. Punkt ebenfalls außer Konkurrenz läuft 3000 Years of Longing des australischen Regisseurs George Miller der mit der Mark-Max-Filmreihe bekannt wurde. In dem Film über Fragen zur Welt und der Menschheit spielen die schottische Oshka-Preisträgerin Tildas Winden Michael Kleten, Only Lovers Left Olive und Idris Elba Bists of No Nation. Mit Punkt eröffnet wird das Festival mit Z, Komet Z, des Franzosen Michael Hatzaner Vizius der Artist. Bei dem Film soll es sich laut Frau Morgs um eine Vampir-Komödie handeln. Auch er wird außer Konkurrenz gezeigt. Auf die Liste der renommierten Nebenreihe und zerten Regat ist die Österreicherin Marie Kreuzer mit Chorsage gekommen, einen Historiendrama über die gealterte Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Auch hier können laut Frau Morgs die bislang 15 Filme noch im 2-3 Beiträge ergänzt werden. Der Name der Präsidentin oder des Präsidenten der Jury der die Nachfolge von Spike Lee antreten soll ist bislang noch nicht bekannt. Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 2 2 0 4 1 4 9 9 9 1 8 0 5 5 4 Direction für honesty Agentur Doppelpunkt 2 05 1 8 05 1 1 9 10 10 10 10 10 10 11 15 13 14 16 16 16 17 16 16 17 16 17 17 17 19 18 21 19 20 21 19 19 19 20 22 19 20 20 20 21 20 22 22 22.